In dem Ball sind kleine Metallmuttern drin, Edelsteinmuttern, damit sie nicht rosten und das heißt, wenn er rollt, kann man es hören. Wenn man durch den Stall geht, kann man die Muttern scheppern hören und das ist ein Beweis für uns, dass dabei gebraucht wird. Es ist eine weitere Möglichkeit, dass die Tiere sich beschäftigen können. Untertitelung des ZDF, 2020